servus meine lieben freunde ich bin es der martin und hier steht der hartmut sag mal hallo wir stehen wieder in hartmut heiliger halle vor seinem w124er cabrio also a124 und wir schauen uns das ganze mal an was er jetzt bislang alles auf die kette gebracht hat und jetzt sage ich weiter geht es nach dem intro so der hartmut hat uns das auto jetzt fünf zentimeter hoch gelassen jetzt schauen wir uns das ganze mal an was er hier so gemacht hat guckt euch mal das loch an wer das andere video vorher kannte der hat gesehen dass das rostig war und daher muss er auf jeden fall jetzt noch ein reparaturblech einschweißen aber man sieht dass er es schon behandelt hatten alles und hier zum beispiel wegen diesen wagenheber aufnahmen werde das bild noch in erinnerung hat der weiß dass es angerostet war also nicht verrostet sondern angerostet und hier vorne die spitze hat er jetzt auch ganz schön hinbekommen ich würde mal sagen hartmut zeig uns mal was du da wie du das alles entfernt hast du ich glaube du hast da den dremel benutzt gleich mal kurz mal mit dem schleifer weg macht alles in die ecke habe ich mal überlegt mit dem dremel kann man nicht sauber irgendwie ganz gut in die raus schaffen alles dann habe ich handbehandeln mit brunox brunox epoxid das habe ich zwei dreimal über über mit sparen habe das gut abtrucken lassen und dann mit also lackiert ganz normal und dann mit unterbodenschutz auf wachsbasis und dann kriegt man so ein schönes ergebnis hin und das müsste eigentlich jetzt mal wieder ganz gut so weit halten weil das auto wird ja in zukunft wahrscheinlich eher nicht mehr im regen und so benutzt also das wird halt ein fahrzeug das eher an der garage steht und nur bei schönem wetter aus der garage kommt ich glaube das hat sich das auto verdient ja aber jetzt hier die typische wagenheber aufnahme man sieht ja hier eigentlich hast ja alle vier behandelt großes problem war das ein großes problem das ging eigentlich als berost war es noch nicht so tief fressen sondern war halt oberflächlich und das ging eigentlich noch relativ gut weg hier sind übrigens die sakko bretter weg bevor man die wieder drauf macht macht der hartmut hier noch mal anständig sauber ich denke mal vorher polieren wir das auto noch oder richtig also da habe ich ja schon gutes mittel dann haben wir die hinterachse die habe ich auch alles wieder reingemacht hier der muss halt das video gesehen hat wie das vorher ausgesehen hat das habe ich genauso behandelt und an der hinterachse sind überall neue lager drin komplette länder sind alle neue von febi bielstein ja auch das differenzial hast ja auch noch trocken gelegt aber es kann auch sein ich habe schon gehört dass oft wie von oben vom von dem entlüftungsventil dass die da raus und dann sieht es halt aus wie wenn das undicht wäre das wäre jetzt mal sehen wie das wie sich das jetzt gibt auf jeden fall sauber gemacht ja ich will das jetzt noch als obere habe ich schon sauber gemacht da unten das bin ich noch sauber machen und auch mit mit rostumwandel ein bisschen weil das ist ja massiv das war das ist der achsträger ist der achsträger den habe ich auch so gut wie möglich halt komplett entrostet auch mit rostumwandler und an der kunox und wieder lackiert wie gesagt neue lager sind drin das ist mal soweit ich hinwachsen das sieht man auch alles schön das ist aber das war schon so also das ist da ist nichts gewesen mit rost das hier das müssen wir noch machen so wie auf der anderen seite wahrscheinlich und hier war ja auf dieser seite war ja in ordnung aber ja da war aber auch als ich habe dann auch auch behandelt hier sieht man auch die wagenheber aufnahme sag mal hartmut wie lange hast du jetzt gebraucht also für die wagenheber aufnahme weil ich frage deswegen weil es kursiert einfach im internet kauf bloß ein auto wo die wagenheber aufnahme rostig sind und 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 es kommt aber das war jetzt echt nicht so schlimm aber es gibt natürlich auch wo man reinschweißer wo wirklich die dinger komplett durchfaul sind und dann kannst du das ding echt ist dann ist das richtig übel also ich kommt dass ich dann noch mal ein vorher nach habe mit rein macht also vorher bild zudem hier und dann seht ihr wenn ihr so ein fall habt dann könnt ihr das in der regel auch selber beheben wenn man lust dazu hat vor allem ich habe auch noch bilder wo wo dann der rostumwandler drauf ist das kann man dann auch noch sehen wie das dann aussieht und dann gehen wir noch an die vorderachse also ich hier auch wieder alles ganz schön alles super gemacht und hier sind auch so kleinere roststellen gewesen immer wieder und wenn wir jetzt unten schauen die querlenker sind auch neu hier war auch das habe ich alles auch entfernt die roststellen wo hier waren das war hat sich alles in grenze gehalten hier wo die querstreben sind das sind die das sind die querstreben wo es cabrio hat hier eine und hier eine also querstreben liegen hier auf dem boden die kommen natürlich nachher wieder fein ist klar steif zum versteifen halt so jetzt sieht man hast du hier auch neue lenkungsdämpfer und sowas ich habe ja beim 140 habe ich eigentlich jetzt alles neu gemacht hier lenkungsdämpfer die strebe hier querlenker und und deswegen der ist auch ziemlich nur noch eine luftpumpe das ist so der kann ich mich auch noch erinnern der sieht jetzt wieder richtig schön fein aus super dann habe ich schön abgeschliffen und auch mit brunox auch mit brunox ja komplett eingestrichen dann halt auch einen tag oder zwei tag liegen lassen schön aushärten lassen und dann lackiert den habe ich halt einfach mit schwarz lackieren das brunox tust du ist es ein spree oder was ist das spree gibt es als spree gibt es aber als als dem streichen ja aber man sieht ja schön richtig was an zeit rein investiert ich kann mich noch hier in an die detailarbeit hier von dem hier haben der strebe und alles nach sache und da ihnen da ihnen und so da war alles die frage so ein bisschen immer also leicht angepasst hat man sagt rost ansatz aber das ist halt trotzdem echt auf die seite alles jetzt alles viel arbeit das zu machen aber jetzt sieht es alles echt wieder das sieht gut aus jetzt gucken wir uns hier noch auf dieser seite an auch hier wieder wagen hebeaufnahme wie neu hier was ist hier hier ist jetzt halt das muss ich jetzt da muss jetzt noch weitermachen hier habe ich mal da sieht man halt jetzt wie das das kunox da sieht man das wie das aussieht wenn man das drauf macht also das muss noch lackieren an der stelle oder was mache ich aber noch das muss ich noch mal ganz bearbeiten weil hier unten hier ist eigentlich erstelle das ist der wasserablauf hier und das ist da ist richtig halt richtig schön aber das muss ich jetzt wie gesagt noch machen ansonsten gibt es halt immer wenn du halt dann arbeitest dann findest du halt immer wieder noch mal so stände wo du irgendwie rost und so auch hier wieder also komplett bearbeitet ja ganz schön ordentlich geworden bislang ich meine du machst es ja nicht jeden tag am stück sondern so wann du lust hast du abends mal eine stunde oder zwei stunden oder samstag oder sonntag oder je nachdem so wie es gerade passt immer das ist halt schwierig zu sagen was was für zeit hast du da brauchst aber schon ziemlich zeitaufwendig ja freut mich auf jeden fall bleibt uns ein anständiger a 124 erhalten sein übrigens kommen wir gerade von der messe stuttgart also retro classic und dort haben wir auch wie ist der herr speirer oder wie schaurier aus körnbach persönlich getroffen das scheint so ein richtiger oldtimer und mercedes nicht nur freak sondern auch ein richtiger kenner zu sein und dort haben wir uns noch ein paar tipps abgeholt zum beispiel von diesen abdeckungen hier was da rein gehören und sowas der hier das ist so ein kunststoff und hier sind auch kunststoff drin also hier und hier und da machst du jetzt die gummi von dort rein richtig und da mache ich jetzt gummi rein und im nächsten video schauen uns hartmut sein 124 er wieder an ich denke mal vom polierer oder so was auch mal zusammen machen mal den ganzen rost noch voll weg dann polieren mal die karrettes habe ja letztes mal schon hier angedeutet hier sieht man ja die ganzen schlieren und waschstraßen problemchen sage ich jetzt einfach mal und da freut es mich umso mehr wenn man hier das ganze mal richtig auf polieren kann so meine lieben freunde das war's für heute das video ist wieder lang genug geworden halt die ohren steif euer martin also hier ist zum 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 Vielen Dank.